Vor drei Tagen wurde der Tod des wohl bekanntesten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny bekannt gegeben. Doch noch immer wird sowohl Familie als auch Anwälten der Zugang zu seiner Leiche verwehrt. Die Sprecherin Nawalnys, Kira Jarmusch, teilte am Montagmorgen mit, dass seiner Mutter und seinen Verteidigern der Zutritt in die Leichenhalle verwehrt wurde. Ein Anwalt, der ebenfalls Zugang zu der Leichenhalle gefordert hatte, sei regelrecht hinausgedrängt worden. Auf die Frage, ob sich dort Alexej's Körper befindet, antworten die Mitarbeiter nicht, erklärte Kira Jarmusch auf der Plattform X. Das Ermittlungskomitee erklärte Angehörigen und Verteidigern lediglich, dass die Überprüfung von Nawalnys Tod verlängert worden sei. Angehörige und das Team Nawalnys fordern den russischen Machtapparat seit Tagen zur Herausgabe der Leiche auf. Nach offiziellen Angaben war der Gegner von Machthaber Wladimir Putin am Freitag im Straflager gestorben. Die Gründe des Todes sind immer noch nicht festgestellt, teilte Jarmusch mit. Nawalnys Team macht Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich und wirft den Behörden Verzögerungstaktik vor. Die Witwe des russischen Oppositionsführers, Julia Nawalnaya, war am Montag zum EU-Außenministertreffen in Brüssel eingeladen. Sie hatte am Vorabend erstmal seit dem Tod ihres Mannes auf Instagram einen Beitrag abgesetzt. Ein Foto, auf dem Nawalny sie liebkoste und mit den Worten, ich liebe dich. Tausende Menschen sprachen in Kommentaren Julia Nawalaya Mut zu und wünschten ihr Kraft. Am Montagmorgen hatte der Eintrag mehr als eine halbe Million Aufrufe. Auch in Russland zeigten Russen offen ihre Trauer, trotz hunderter Festnahmen und Polizeigewalt. Viele legten an offiziellen Denkmälern für die Opfer politischer Gewalt Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Behörden versuchten weiter, die spontanen Gedenkstätten zu zerstören. Blumen wurden in Mülltüten gestopft und abtransportiert. Auch westliche Botschafter legten in Moskau gegenüber der Geheimdienstzentrale an der Lubyanka Blumen nieder und erinnerten an Nawalnys mutigen Widerstand gegen Putin. Der russische Präsident, der in einem Monat wiedergewählt werden will, hat sich bisher nicht zum Tod seines schärfsten Gegners geäußert. Der nach vielen Tagen in immer wieder angeordneter Einzelhaft körperlich geschwächte Nawalny war nach russischen Behördenangaben am Freitag bei einem Hofgang in seinem sibirischen Straflager bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche waren nach Angaben des Strafvollzugs erfolglos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017